ja ja waffenfreigabe waffenfreigabe der kräftigen schön erledigt bevor sie den Aho Hörmann töten ich würde behaupten hier war ich schon das kenne ich von gestern ich war nämlich beim Kupo beim sehr guten Freund und auch allein hohoho alles ergibt ich habe einen guten Freund und wir haben auf der Playstation Multiplayer gespielt und da kam also Playstation 3 Call of Duty 6 Granate hat mich umgebracht obwohl ich geklickt habe komische Sache egal auf jeden Fall haben wir das Level da auch gespielt und da war einer im Hubschrauber und einer hier unten hier lasst den Kerl in Ruhe hier Gas steht doch nicht davor werden hinten gerade ein paar geklatscht oder habe ich mir jetzt schon boah das sind ja mehr als gedacht so und den Kopf da weg gut weiter jetzt ja das sieht sehr danach aus naja nicht ganz aber ähnlich naja ansonsten habe ich es noch nie gespielt wir haben gestern Abend mal Stündchen auf seiner Playstation 3 Modern Warfare 2 gezockt aber trotzdem würde ich behaupten es so noch nie gespielt zu haben das war auch nur zu zweit irgendwie nicht mal Korb oder so unten bleiben pack doch die Waffe weg hehehehe nicht tut mir nie weh ich mach dich ganz alleine kaputt ich hab mich grad voll angeleuchtet voll die Idioten lalalalala wir können schon mal was machen ich glaub jetzt aber ein bisschen Gas ne oder nicht so Gas Gas höhö gib mal Gas wo ist Gas Gas Kontakt ah ah da ist Gas die G36 ist ja echt schön die gefällt mir super aber dafür ist die ja jetzt nicht so toll ich freu mich schon auf meine eigene wenn ich in Sicht zum Bund kam da die Kinder gemacht macht er natürlich auch auf so macht er natürlich auch schneller Schüttel da rein stehen wir da nicht im Weg nachher steht so die Maggi es hier das Spiel gespeichert, schön boah, hat er Gers gegeben aber er war auch nicht ohne, wow und Gers steht da einfach so macht ein neues Magazin rein, ganz chillig er wird ja auch nicht abgeknallt, nur wir oh, ah, ich schieße um mich, ich schieße um mich, ich bin tot die sind echt, und wer diese Blendgranaten Jo, machen wir Ausgangsuchen Hallo Licht Come, Gers So schön an der Winde, das ist nicht schön hier und ich sehe es ein ah, da sind sie ich sehe sie doch da kommen welche, da kommen welche ah, sie kommen rein, sie kommen rein, nein, sie kommen von da sie kommen von überall aha okay ah, ich schieße gerade vor mir auf den Boden rum toll, das passiert, wenn man nix sieht nix hört vor allem ist es ja nicht mal so, der Sound ist gut genug er ist so stereo, dass ich hören könnte aha, von da kommt er also aber das könnt ihr voll vergessen mit der Blindgranate es ist einfach nur noch überall das Beepen nichts mehr gar keine Ordnung möglich der Teufel sind die Hähden sie formieren sich vielleicht neu versuchen uns weiter vorne den Weg abzuschneiden guess der alte Klugscheißer das war wachsam, oder? der Automat wollte mich töten Platsch, Platsch, Platsch das sieht doch schon wieder nach neuer Action aus Klatschen keine Hunde keine Hunde keine Hunde keine Hunde wachsam bleiben ja, toll Hunde unmöglich wie können die nur Hunde vor allem die Waffe, äh, die V-Taste ist so weit weg Hunde boah halt doch noch ein paar Kugeln mehr aus wo ist der andere, wo ist der andere, hä ha, ha, ha da war doch noch einer ich hab ihn doch gesehen nein, nein, nein kein Hunde keine Hunde bitte keine Hunde äh, die Fässer gehen doch bestimmt hoch nein, 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 nein taktischen vorteil zum taktischen vorteil das nicht so ich komme euch jetzt von hinten hier aber die haben mich gesehen und schließen auf mich aber das nur von wo so wieder zurück auch wenn sich das nicht wirklich lohnt weil da wird sie ja egal vielleicht habe ich ihn damit ja noch gekillt den habe ich zumindestens gekillt was hat er schon wieder über russen gesagt da ist auch ein spiel gespeichert das ist schön, das ist schön oh gas, schön vorgerückt nachdem ich da an der seite vorgerannt bin so, tschüss wie blöd ey, guck die an wow man guckt die Spul an da liegt noch eine kaputt ja nein, du woher der Wollt nicht mehr an oder schlagen however, er wollte auf jeden Fall wehtun schein soll Aua Aua noch eine mehr Boah, es war es hart Hunde, 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 Hunde geht weg böse Hunde ganz böse Hunde wo ist der Hund ach, das Käpt'n Price, gut ich will dir hinterher ich will, ja und Aua, Aua, Aua Aua ich bin doch ein Idiot und hier bin ich auch viel zu leicht zu treffen eure scheiß Köpfe auch und abwärts hey, man muss alles zu seinem taktischen Vorteil benutzen alles der Helikopter ist zurück oje äh, ist nicht so cool offensichtlich wissen Sie nicht, wo wir sind das sollte so bleiben ja, das wäre vermutlich besser und ich habe nicht mehr allzu viel Munition hm 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 hallo Captain Price tsch 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 Achtung, wollen alle Brücke sind wachen was machen wir mit dem? hey komm, sag mal okay tschüss aber nicht wegen mir, oder? wow, 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 wow so die könnt ihr haben na, Granate auch noch ich komm nicht weg ich komm nicht weg ich komm nicht weg ich komm nicht weg kann ich den Idiot da rausschießen? als ob nicht ist er rausgefallen? jo Tatsache hm 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 ah, und die ersten haben ich da schon wieder gesehen so gut, die war nicht schlecht platziert, aber gut ist auch was anderes man weiß ja nun nie, wie stark der Protagonist werfen kann ach, du schon wieder ja? ah, toll was sagt uns das, dass wir die Pistole in der Hand halten richtig, keine Munition mehr so ich brauche ich brauche irgendwas zum schießen hallo, ich brauche ein Niete Schießeisen sitzt da schon wieder wer drin? jo Tatsache aber ich glaube, das bringt jetzt nicht viel wenn ich uns die ganze Zeit um den Hedi kümmere sondern wir sollten lieber weiter naja Pistole nachladen, weil Pistole bekanntlich besser als nichts komm schon, ihr müsst doch irgendwas haben womit ich schießen kann oh oder war das gerade mit G6 jo, ich habe wieder Munition ihr hattet auch G36? wusste ich nicht weg, weg, weg boah ich wusste ja nicht, wo die sind ich sehe die Gegner immer noch nicht sind doch bestimmt welche wenn alle da reichen ah kaputt hm 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 das macht Spaß, das macht Spaß das ist ein Gewächshaus geht nicht kaputt gehen wir weit, da rein lassen wir uns nicht treffen dök 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 es ist echt nicht so leicht, das Spiel jetzt gerade, wo ich es gesagt habe und nochmal von vorne aber dafür sind die Speicherpunkte schön gesetzt und auch ordentlich viele ich habe es nicht dagegen geworfen, oder? ouch ich gebe da einfach gleich Kreuzfeuer rein Sperrfeuer, wie auch immer ihr das hier nennen sind einfach nur blind wer zielt schon noch weg nächste boah jetzt wird es hier aber brutal danke Captain Price dass du da bist boah alle werfen Granaten ich kann sie nur noch zurückwerfen aber hey immerhin konnte ich sie noch zurückwerfen so Kopf rausgucken und papam warum bin ich jetzt tot? mir ging es ganz gut und nun die kommen ja die könnt ihr haben die sind ja so hardcore und so widerspenst guckt euch das doch an was geht denn bei denen ab als ob die keine Frau und Kinder zuhause hätten ein Mensch die schienen als gäbe es keinen Morgen mehr Halleluja Nachladen